Das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied heute, wer auf der Autobahn im Bereich von Vorsortierräumen, die durch Aufstellung von Fahrstreifen gegliederten Vorwegweisern eingerichtet sind, auf der durch eine breite Leitlinie abgetrennten Rechtsabbiegespur an den auf den für den geradeaus Verkehr bestimmten Richtungsfahrbahn befindlichen Fahrzeugkolonnen rechts vorbeifährt, ohne nach rechts abbiegen zu wollen und anschließend nach links in eine Fahrzeuglücke einschert, überholt rechtswidrig rechts.